Eine Disc, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Hä? Wie konntest du das lesen? Solche Zeichen hab ich noch nie gesehen. Na hier, die Übersetzung steht doch auf der Rückseite. Ah! Zwei Zocker auf einer epischen Quest. Unterstützt von mächtigen Helden und weisen Zauberern, wie zum Beispiel Grimnir dem Roten. Unterwegs in Feindesland, um die Floppy Disc und damit den bösartigen Konzern endgültig zu vernichten. Der Herr der Ringe trifft auf Games in einer Welt, in der sämtliche Computerspiele verboten sind. Und das alles ohne weinerlichen Frodo. Der Herr der Floppy Disc. Die Disc muss vernichtet werden. Worauf warten wir denn noch? Die Disc? Die Disc.